Elsevier präsentiert das erfolgreiche Lehrbuch Rettungsdienst heute mit einem neuen Titel. Notfallsanitäter heute ist das neue Standardlehrbuch für ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter. Die einzelnen Kapitel sind alle gleich aufgebaut und geben dadurch eine gute Orientierung. Fallbeispiele und Szenarien zeigen authentische Situationen des Rettungsdienstalltags. Inhaltsübersichten führen ins Kapitel ein und fassen Lerninhalte zusammen. Wiederholungsfragen am Ende des Kapitels ermöglichen es, den gelernten Inhalt zu reflektieren. Das vorgestellte Fallbeispiel wird abschließend mit Handlungsempfehlungen erläutert. Die farbig hinterlegten Kästen heben Lerninhalte und Praxiswissen hervor. Warnhinweise und häufig vermeidbare Fehler, wichtige Informationen, zahlreiche Praxistipps. Über 750 Abbildungen machen Komplexes anschaulich und helfen beim Verstehen und Umsetzen der Buchinhalte. Mit Notfallsanitäter heute haben sie das passende Lehrbuch für die Ausbildung zum Notfallsanitäter sowie ein übersichtliches Nachschlagewerk für Rettungswachen und Praktiker. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020